Ich werde euer Sehntag Also, ähm, ich muss sagen, das Gemetzel hier auf den Kessexhügeln macht echt eine Menge Spaß Mir zumindestens Man kriegt auch, äh, gute Erfahrungspunkte, muss ich sagen Es ist jetzt nicht so, dass man hier gar nichts bekommt Äh, bin ich schon wieder zu spät? Na toll, ich bin schon wieder zu spät Ich denke mal, da werde ich bestimmt auch zu spät hinkommen Aber wir werden trotzdem mal da oben hinreisen Weil dann mir schnell gleich die zwei Wegmarken da holen Könnten wir uns dann noch schnell die zwei Wegmarken dann wiederholen Damit wir nicht gar so, äh, weiten Weg haben zum Reisen Naja, ja, Heft Wach, Branabi Oder wie er heißt Barnabi Nicht Branabi Sondern Barnabi heißt er Ich werde mal hier gleich, äh, abbiegen Und mir den ersten Wegmarken hier mal holen Der ist bestimmt hier drinnen versteckt Mal gucken, ob wir da irgendwie weit reinrennen müssen Oder ob er gleich vorne an ist Ja, da scheint ich hier gleich vorne an zu sein Super Damit haben wir 12 von 18 Hier ist auch wieder ein Waffenschmied Ich muss mal kurz in mein Inventar mal schauen Wir haben ja nämlich hier so einiges jetzt eingesammelt Also 8, äh, 8 toxische Sporen haben wir hier Äh, was haben wir hier noch? Saatgut Da haben wir wieder 2 Häufeln Staub drinnen Walnuss haben wir hier Und Ja, die Rüstung, die werde ich natürlich im Dings verkaufen Oh, Metall jetzt Und Piratenhandschuhe 92 Ist von der Kraft her ein bisschen weniger Aber von der Verteidigung hier halt, äh, Höhe Hm Da müssen wir mal schauen Müssen wir echt mal schauen Butter haben wir auch hier wieder Und ich werde das Ganze hier mal gleich einlagern So Haben wir auch ein Achen Gewehr, haben wir auch gekriegt Level 66 Und Das schwer, das könnten wir eigentlich zerstören Machen wir aber später So, dann werde ich mir noch die andere Wegmarke schnell holen Und dann gucken wir mal, äh, wie weit wir Äh Wie weit wir Na, ihr wisst schon hier, ne Brauchen bis zum nächsten Ich muss mal hier Ah, wir müssen jetzt hier mal den Weg langlaufen Ich werde mal meinen Sprint wieder aktivieren Ah, okay Scheint hier oben noch keine zu sein Ich werde mal schnell hin hier Ein bisschen helfen Okay Da komme ich wohl noch gerade rechtzeitig So, aber nichtsdestotrotz will ich mir noch schnell hier die Wegmarke holen Die hier oben in der In der Ecke ist Dazu müssen wir jetzt erstmal hier Den Weg langlaufen Der ist nämlich gleich da vorne an der Ecke Ah, hier scheinen auch überall Tarmisch zu sein Ah, da vorne auch Ach, das sind Banditen Oder Bandbanditen Bandbanditen Warum heißen die nicht einfach stinknormal Banditen? Müssen die dann Bandbanditen heißen? Weiß ich nicht Ob das so Hilfe! Banditen haben meine Mami entführt! Ob das immer so gut ist Wie es ist So, da ist wieder eins Da können wir mal schnell wieder hinreisen Ja, das wird heute eine reine Reisefolge sein Beziehungsweise Kessex Hügel Folge Wo wir Nur gegen diese Dinger kämpfen Um halt Sporen zu bekommen Hoffentlich komme ich jetzt noch rechtzeitig hin Schnelle! Ich bin noch rechtzeitig gekommen Jawohl Aua, Aua, Aua Hilfe, Hilfe, Hilfe Ich muss ein bisschen aufpassen auch Meine Bomben werde ich mal hier reinjagen Ja, ich weiß, du brauchst Hilfe Oh, schon wieder der Tod hier Oha Da taucht aber ein Riesenwurm auf Von meiner Nase auf Ich bin gerade gefesselt Okay Der hat mich natürlich jetzt niedergestreckt Ach, das ist eine Elite Guck einer an So Und da haben wir ihn weggesprengt Aua Und schon liege ich wieder Aua, Aua Hilfe, 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 Hilfe Nein Ich bin tot Naja Ach, ich werde gerade wiederbelebt Auch das ist schon nett Von Higela Danke Danke Higela So Einsammeln hier alles fix Und unsere Spore auch noch Das sieht aus wie ein Mesmer hier Oder Quatsch Äh, Nekromanten So Wir haben natürlich jetzt hier leider nur Äh, Silber Erreicht Aber das macht nichts Das macht überhaupt nichts So, wir gucken mal Ob hier Weitere Sachen wieder aufgeblimselt sind Nee Doch, da unten Porten uns da vorne hin Scheint wohl irgendwie immer im gleichen Rhythmus zu sein Immer von da nach da Und dann von da nach da So Wenn wir mal hier schnell Den Flitzi Flitzi machen Äh, okay Ach du Scheiße Es scheint noch keiner zu sein Ach doch, da kommen sie alle So Wir scheinen momentan nur gerade Zu dritt zu sein Okay So Huch Ich drücke immer den falschen Knopf hier Standmikro war gerade im Weg Okay Ich muss hier gerade ein bisschen aufpassen Und jetzt werden wir ihnen einen Reindonner Damit die alte weg ist So Und haben Helm gekriegt Kapuzen Oder Kabbalist Der Kapuze Oh Oh Jetzt kommen sie hier aber alle Oh 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 Oh, jetzt kommt hier auch unser Wächter Sehr schön Jetzt steppt der Bär hier wieder Oh Oh, oh, oh Ach nun hör aber auf Nicht zu weich sein So Ich war jetzt gerade ein bisschen konzentriert Deswegen habe ich ihm gerade nicht kommentiert Okay Ich bin Sturm und Ozean Schnell wiederbeleben hier unsere Leute Ich bin schnell wie der Wind Ja, ja Ja, ja Schnell wie der Wind bin ich auch Was war das gerade? Hat sich gerade angehört wie eine Kröte? So Was? Vergeltungsschlag wo? Und rauf da Zack Sehr schön Wir brauchen so einiges Einiges und alles So Hier ist natürlich wieder keine Kiste Ich glaube die gibt es bestimmt auch bloß bei den großen Bossen irgendwie so Habe ich so das Gefühl Aber wir haben natürlich hier wieder ordentlich Erfahrungspunkte gekriegt Und das ist natürlich ja schon bemerkenswert So Gucken wir hier auf unsere schlaue Karte Das müsste rein theoretisch da oben wieder was sein Ja, genau Tja liebe Freunde Das war natürlich mal wieder ein Kampf gegen diese toxischen Allianzen Wo wir natürlich als Gemeinschaft in Guldwurst 2 zusammenhalten Und die Viecher auslöschen Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen wie immer Und Schaltet auch das nächste Mal ein wieder mit Guldwurst 2 Und steht's auf Zack Vielleicht kommen wir auch diesmal in den Turm rein Aber ich will noch nicht zu viel versprechen Bis dahin Gehabt euch wohl Ciao 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 Ciao